Jo, ist im Moment noch relativ genug. Schauen wir mal. Ah, da sind sie ja. Ah, ein neuer. Obwohl, hm, ne. Du ohren Dagger. Warten wir mal, eventuell ist das ja was für Itabella. Ah, cool. Eine neue Rüstung für mich. Scheinbar. Oh, sieht ganz stylisch aus. Kann ich aber eine Blutdrauchenrüstung verkaufen. Wenn die eh nur auf mich restriktet ist. Mal gucken, ob die uns dankt. Du hast ihn gefunden. Ich kann es nicht glauben, dass du ihn gefunden hast. Hallo? Ich habe dir eine große Bedeutung. Ich werde es auf jeden Fall retten. Ich versuche meine Leben auf ihn. Was hast du in Ordnung? Ich weiß nicht, aber ich werde einen Weg finden. Sag' ich danke dir, den schönen Mann, für deine Lebenshandel zu retten. Danke. 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 Eigentlich hat er sich selbst gerettet. Ich habe ihn nur gefunden. Naja. Was kommt jetzt? Hm. Whatever's through there, it seems still intact. Think we'll find anything? Bartrand is far more enthralled with this place than you are. Unlike him, I wasn't born in Orzumar. I wouldn't even be down here if there wasn't profit in it. This entire place gives me the chills. Let's hope it's worth it. Chances are we won't find anything but even more. Darkspawn and Ruffle. Maybe Bones? Hm. I suppose we'll need to go down there to find out. Grolem? Ah, ich habe nur eine Statue, zum Glück ey. Grolem wäre die Krönung gewesen. Getsch mit... Getsch mit... Ah. Und dann kommt der Arz auch noch. Ja. 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 Ich habe gerade richtig auf mir, mir kommt der Arz auch noch. Ach. Was macht der, 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 der da da? Ja. Fuck it. Oh, ich stehe mal bitte kurz an mir ab. Oh, das sind scheiße. Ja, ich habe schon den Dragon Age genervt in Tynes. Oh, ich habe schon den Dragon Age genervt in Tynes. Oh, ich habe schon den Dragon Age genervt in Tynes. Was gibt es hier? Oh, oh. Oh. Ich glaube, dass es nichts Gutes ist. Ich glaube, der wurde gerade besessen. Oder er ist so böse. Was zur Hölle? Was für ein Arschloch. Was für ein Arschloch, ey. Okay, verrät er seinen eigenen Bruder. Was für ein Arschloch. 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 Dann helf ihn mal hier. Okay, drei. Nein, die 1000. Okay, jetzt... Und ihn gefütze 1000. Okay, ich habe das Toad. Ich habe ihn schon gesehen, dass ich dann was. una b b b g b b seine er immer so Ich weiß nicht, wie viele sind da. Ich weiß nicht, wie viele sind da. Oh, nein. Oh, nein, aber... Oh, je, oh, je. Hard. Ich hab total viele Heiltränke verbraucht. Was denn Müll? Oh, hübsch. Sieht noch relativ groß aus. Okay, ich mach dann hier mal einen Verschnaufschnitt.